Herzlich Willkommen zurück zu Guild Wars 2, Levendige Welt, Staffel 3, Lodernde Flammen. Inzwischen geht es weiter. Solange wir da hinlaufen, kann ich kurz sagen, was schon passiert ist. Wir waren bei Taimi in Rathanovos, die uns einiges erzählt hat, über Primordus und dass auch Yormark erwacht ist und sein kleines Niedelchen pausiert hat. Und irgendwie alle Bosse zusammenhängen, was klar war und dass die die Fähigkeiten von den anderen Bosse nach ihrem Tod auch nutzen können. Dann sind wir hierher gereist, weil hier ein paar Probleme gab und wir haben ein paar Probleme gelöst und jetzt geht es weiter. Schnell Zusammenfassung, je. Nein, wenn ihr es euch nochmal ausführlich anschauen könnt, wollt, schreibt mir mal eine Playlist mit allen Folgen von der Levendige Welt. Und im Kanal, Hashtag Werbung. Okay, legen wir los, wir sind da. Es geht weiter mit Magma-Bruch. Wollte aber, das wäre eine Instanz, aber nein. Auch wie eine Weltkugel. Skript? Was geht hier vor? Diese Skript behaupten, das Gerät hier habe etwas mit dem wachsenden, seismischen Druck unter der Insel zu tun. Wenn wir nicht draufkommen, wie man es zum Laufen bringt, wächst der Druck immer weiter und irgendwann macht es, naja, wie die Skript sagen, Rums. Rums, Rums, wiii! Das ist ja auch alles Unsinn sein. Die Hälfte der Zeit verstehe ich sowieso nicht, was diese Kreaturen vor sich hin brabbeln. Dieser Felskopf, von dem sie sprechen, weiß mehr. Aber sie lassen mich nicht nah genug ran, um zu fragen, wie diese verflixte Maschine funktioniert. Lass mich mit ihnen sprechen. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich hoffe, das werdet ihr, Kommandeur. Die Zeit wird langsam gefährlich knapp. Ah, das schaffen wir und wir können mit Skript quatschen. Und das ist irgendwo da hinten. Kommt man da mit der Leilinie hin, die da vorhin war. Wäre mal eine Frage. Wird sie doch gehen. Oder ich glaube einfach rüber. Sind Aufwinde. Sie Aufwinde. 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 Und eine Sehnswürdigkeit bekommen. Lava Fluss. Oh mein Gott. Hm, das sieht ungefährlich aus. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel Schaden man bekommt, wenn man da durchschwimmt. Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Dann fliegen wir mal lieber rüber, ne? Ich glaube, ich besser. Warte, bevor wir mit dem Reden tun, dass die Wege mag ist. Safety first. Und hier gibt es nur vier Wegmarken. Und es gibt auch wieder Kartenabschluss. Wow. Okay, reden wir hier. Mit dem Skript. Was wollt ihr vom Felskopf? Sag's, sag's! Lass mich durch. Ich muss mit dem Felskopf sprechen. Nein, niemand sieht Felskopf ohne dass Skrit es sagen. Nur Freunde von Skrit. Seht mal, ich muss mit diesem Felskopf reden, den ihr versteckt. Und zwar schnell. Wie verdiene ich mir euer Vertrauen? Wir müssen das Herzchen machen, schätze ich mal. Beziehungsweise, da hat es zu gut sein, dass wir durch die verschiedenen Herzchen-Missionen geführt werden. Was bringen wir in gute Beutel? So. Einen Skrit bewaffnen, einen gestandeten Skrit retten, einen Skrit wiederbeleben. Die Frage ist, welche Seite ist hier komplett drumherum? Okay. Waffenlager. Ich schätze mal, damit kann man irgendwie was machen. Sammeln. A1. Okay. Weiß nicht, ob es so gut ist, dass wir den Skrit Waffen geben. Ich weiß ja nicht. So ein Lenskling von mir, das ist nichts zu tun, aber... Hier hinten irgendwas. Ne, hier ist Totenstille. Da noch irgendwas. Da, das ist eine Waffenkiste, perfekt. Ah, da rennen das Kitzeln, okay. Das ist noch die letzte Waffenkiste, das war ja das einfachste bisher. Aber wenn man hier skritscht, dann muss ich auf jeden Fall wiederbeleben. Aber wo sind ein tote Skrits? Leben ja alle. Sterb's! Aber man kann auch weiter nach oben gehen. Ich glaube, da wird's ein bisschen gefährlicher für die Skrits. Währendbei können wir noch so ein paar Kreaturen hier töten. Ah, hier sind die schandte Skrits. Ich seh sie. Oh mein Gott. Ich will sie retten. Retten. Achso, ich muss sie. Oh mein Gott, ich hab einen Erfolg bekommen. Tägliche Magie-Sammelastung. Auch hier gibt's wieder. Ich denke, muss man die jetzt irgendwie hinkriegen. Ah, muss ich wahrscheinlich da reinlegen. In diese komischen Beutel. Ah, ich verstehe. Das wird super. Dann darf man zehnmal hinrennen. Hier sind keine Beutel, da sind irgendwelche Matten. Da hinten sind noch welche. Ich hab Angst, dass durch den Patch zu wenige Skrits tot sind, dass man nie wiederbeleben könnte. Habe ich ein bisschen Angst. Aber gut, muss ich einfach verrecken lassen. Dann hoch in die Zeit. So. Holen wir dann noch den anderen. Wir wollen ja nicht die Skrits vernachlässigen. Wäre ja nicht nett. So, letzter. Sind hier irgendwo, wo ich zehn kann. Wer liegt hier auf der Karte, wenn Skrits tot sind? Ich hab echt Angst, dass wir das nicht hinkriegen. Also, dass es länger dauert. Ich will keine Haberstunde warten. Ich sehe meinen Skrits direkt, weil ein paar Leute nicht aufpassen. Lasst die Skrits sterben. Leute. Bleib weiter oben. Vielleicht nördlich, ja. Ich habe Hoffnung. Können wir hier nicht sterben? Nein, wir haben alle vollen Leben. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und die Truhe noch öffnen. Meins. Alles meins. Warum soll ich keine Skrits mehr haben? Aber hier sind Ausrüstung und ich habe ein Gebiet entdeckt. Yeah. Und das sieht da echt nicht mehr gut aus. Nicht gut. Ich glaube. Es wird hier nicht besser. Sollte Lava-Sachen. Sie ist Skrits. Wie kriegen wir das hin? Aber das müssen doch irgendwie alle machen, die Story machen. Also... Was ist da? Kami's Tagebuch? Nein. Aha. Okay. Das gibt es hier auch wieder. Die Tagebuchaufzeichnung. Wozu ich eigentlich noch ein Video machen wollte. Was vielleicht noch kommen wird. Bye-bye, Sneaky. Oh, wow. Spawn direkt natürlich etwas hinter einem. Da stand ein Event. Da könnte ein Skrits sterben. So ein Instinkt von mir. Ich hoffe, es muss ja... Also, natürlich möchte ich nicht Skrits sterben, aber... Oder man kann auch ohnmächtiges Skrits überleben. Ein versteckter Hinweis. Ja, okay. Gut. Das geht auch. Dann machen wir das. Oh, werden die böse. Oh, nein. Ich tue euch wiederbeleben, damit die wieder sterben können. Finde ich super. Hat's vollgebracht, Leute. Dann noch hier den. Ernsthaft, hatte ich gerade den vor meiner Nase... Hatte den gerade... Vor meiner Nase. Hatte den... Boah, nee. Das finde ich nicht sozial. Nein, okay. Muss bedenken, es ist Patch Day und alle spielen und... Oh, da ist eine Marke drin. Was ist denn für eine Marke? Weg von mir! Äh, da darf man nicht... Achso, da darf man nicht rein. Klar. Das müssen wir uns erarbeiten. Dann gehen wir mal zurück... Und schauen, was sie uns zu erzählen hat. Der Skrits. Und wenn wir endlich mal beibringen, weiß ich nicht. Ich habe getan, was ihr wolltet. Darf ich jetzt durch? Gut, ja, gut. Skrits sind mehr sicher, mehr stark. Kommt nur, kommt nur! Das erinnert mich irgendwie immer an... ...Dobby aus Harry Potter. Aber gut. Oh, hier sieht man anscheinend irgendwas. Das ist ein fucking Kopf auf einem Stuhl. Das ist ein fucking Kopf auf einem Stuhl. Wenn ihr in Geschichtsnachhilfe interessiert seid, kann ich sie euch geben. Nachdem ich mich um die bevorstehende Krise gekümmert habe. Ich habe Inseln zu retten. Und das mit dem bisschen Körper, was mir geblieben ist. Krise? Geht es um die Erdbeben? Was geschieht denn mit den Inseln? Unter diesen Inseln baut sich eine Flut magischer Energie auf. Diese Energie fließt direkt in den Vulkan. Boom! Was? Stehen möchte ich das nicht mehr. Aber... ...die Inseln in die Luft. Und die Zerstörer! So eigentlich. Darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ich habe gleich draußen einen von den Apparaten gesehen. Wie kann ich ihn aktivieren? Wenn es wahr ist, was ihr sagt, müssen wir... Ich habe einen gesehen, okay. Die Maschinen sind auf uns Zwerge abgestimmt und reagieren auf niemand anderen. Es sei denn... Ah, ich hab's. Nehmt meinen Daumen. Euren... Daumen? Ja, das ist der Boden. Nein. Nein. Das ist der Vorteil, wenn man in Stücke gesprengt wird. Man ist teilweise tragbar. Ihr solltet euch vielleicht beeilen. Die Maschinen sind längere Zeit nicht gelaufen. In Inseln bleibt nicht viel Zeit. Schmeckt die schnellsten. Okay. Hier ist noch eins und eine Maske. Was ist mit der? Oh, Maskensammlerin. Yay. Sammeln. Steindaumen. Daumen des Steinzwergs. Super. Wollte ich schon immer haben. Warte, können wir gerade noch draußen irgendwas töten, weil ich das Herzchen gerne noch hätte. Wäre ganz super. Oh, und Erfolge bekommen. Tägliche Erfolge, die man bekommt, wenn man hier ein Herzchen macht. Es gibt insgesamt fünf Herzchen, um die Ruhe zu wissen. Okay. Wo müssen wir einfach rüber? Die Frage ist, wie kommt man rüber? Das nennt sich rüber gleiten. Das Gefühl, dass es alles so einseitig ist, dass man nicht mehr rüberkommt. Hm. Da hinten kommt man bestimmt rüber. Ich hab's genau gesehen. Hallo, Skrips. Was passiert, wenn man sich in die Nebelform verwandelt und in einen Schaden erfolgt? Puh. Nicht zu lange in der Lava sein ist nicht gut, ist nicht gut. Tut dir nicht gut, deine Haut. Das war ein richtiger deutscher Satz. Okay. Wir müssen oben drauf. Wieder back to the Earth-Kugel. Oder was auch immer das war, sah auf jeden Fall raus. Bin ich da. Ist mich nicht. Ich bin frohlich, wenn ich diese guten Teleporter hier nutzen kann. Mal schauen, was er hier uns zu berichten hat. Erfrischend. Ich habe gerade Felskopf getroffen. Die Überreste eines versteinerten Zwergs, wenn ihr mir das glauben könnt. Einen Zwerg? Hochinteressant. Und konnte dieser Zwerg irgendetwas Erhellendes zu unserer misslichen Lage sagen? Wenn diese Maschinen nicht weit zum Laufen gebracht werden, löst die Magieflut unter den Inseln eine verheerende Eruption aus. Sie können nur durch die Berührung eines Zwergs aktiviert werden. Zum Glück gab mir der Zwerg seinen Daumen. Sein Daumen? Hm, das ist beunruhigend, aber auch irgendwie logisch. Ich dachte mir schon, dass es irgendeinen Trick geben müsste. Da der Zwerg euch sein... ein Stück von sich anvertraut hat, lasse ich euch den Vortritt. Wie nett. Wie freundlich von dir. Na dann, let's go. Funktioniert zu haben, wenn man bedenkt, dass ich die ganze Zeit lediglich einen abgefallenen Steinsommen gebraucht hätte. Der Zwerg sagte, es seien vier solche Apparate über die Insel verteilt. Wisst ihr, wo die anderen sind? Vier Stück, was? Also ich glaube, einer der anderen Forscher hat an der Westküste einen ähnlichen Apparat entdeckt. Im Krater ist noch eine. Ich bin mir nicht sicher, wo die vierte ist. Vielleicht weiß es jemand von den anderen. Viel Glück, Kommandeur. Uh, und damit haben wir es abgeschlossen. Die Episode, beziehungsweise den Abschnitt. Wir werden vermutlich im nächsten Part, ich schätze ich mal so ganz frei aus der Luft, die anderen Apparate aktivieren. Bin gespannt, was danach passiert. Ob wir das noch rechtzeitig schaffen, bevor der Vulkan explodiert, was wir ja nicht hoffen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder morgen, wenn es weitergeht. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020